Rosie Huntington-Whiteley gehörte zu den bestbezahlten Unterwäschemodels der Welt, bevor sie als Actionheldin in Transformers 3 von sich reden machte. Doch ihre Werbewirkung ist ungebrochen. Dann ihrem sprichwörtlichen Sexappeal. Und auf den setzt das amerikanische Wii Magazine auf der ganzen Linie. Mit Bildern wie diesen. Auf Twitter und Co. rühren die Macher kräftig die Werbetrommel für die kommende Ausgabe und posten heiße Fotos wie diese aus dem kommenden Heft. Oh la la. Rosie Huntington-Whiteley ist dabei eine gute Wahl. Denn kaum ein Topmodel steht so für Sexappeal wie sie. Ihr heißer Werbespot für die Dessous-Marke Agent Provocateur aus dem Jahr 2009 ist unvergessen. Ebenfalls sexy. Die aktuelle Kampagne für ihre eigene Dessous-Linie des britischen Modehauses Marks & Spencer.